Na, Wichtes, äh, Wiggles, wie steht's mit den Ringen? Was gefunden? Was willst du denn schon wieder? Dir unter die kleinen, dünnen Ärmchen greifen. Verschon mich. Schön, eben nicht. Wer nicht wiggelt, hat schon. Aber um Fenris zu bändigen, musst du die Ringe sammeln. Und dann? Sollen wir dir die Dinger durch die Nase stecken, oder was? Ha ha ha. Vor tausenden von Jahren schmiedeten eure Vorfahren eine mächtige Kette. Eine Kette aus sechs Ringen. Sechs Ringe, die... ...zu einem mächtigen Band geschmiedet worden. Unzerstörbar. Unendlich haltbar. Ha ha. Dank der Schmiedekunst und uralten Magie der Zwerge. Das Klebnie. Damit gelang es Odin, dem Göttervater, Fenris, zu bannen. Tja, nun ist er ausgebüxt. Dumme Sache. Konnte das Klebnie wohl abstreifen beim Gassi gehen? Jetzt sitzt er da, der Odin. Äh, wo waren wir im Kette? Ja, ja, tausende hatte das Klebnie gehalten und Fenris' Zorn gebannt. Doch jetzt, von Fenris' Hals getrennt, zerfiel das Klebnie. Es zerbrach, es zerbarst, löste sich auf, ging auseinander, zersplitterte in seine Einzelteile quasi. Quasi. Und das Wissen ums Klebnie ging damit auch flöten. Glaube, jetzt habt ihr's alle verstanden, hm? Jo. Irgendwo in der Unterwelt warten die Sechsringe auf ihre Entdecker. Die Wiggles. Sie müssen das Klebnie schmieden. Dieses unzerreißbare Band, um Fenris erneut in Ketten zu legen. Und diesmal. Für immer. Na, klingt doch beinahe zu einfach. Ist doch auch einfach. Aber du keine Ahnung hast. Die werden dir bestimmt eine große Hilfe sein. Wer die. So, der buddelt weiter. In seiner Freizeit wohlgemerkt. Hm, hm, hm. So, welchen Wert hast du? Sieben. Ja, jetzt merkt man schon. Ja, gut, jetzt grad nicht, aber. Zack, und. Zack. Und schon ist er ein bisschen schneller. Also man sieht, es hat schon was gebracht. Genau, hat schon was gebracht. Ja, komm. Lass Freizeit machen. Wir bringen dich hier hoch. Befehlsmäßig. Und dann darfst du Freizeit machen. So. Gleich ist der Hautklotz fertig. Ähm, hier machen wir schön Grillpilze. Da wir ja jemanden haben. Du bist nämlich zugeordnet. Was ist mit dir? Freizeit. Und was ist mit dir? Wo bist du überhaupt? Hallo, wer bist du? Da. Perfekt. Was willst du jetzt gerade machen? Nein, du gräbst nicht. Was sind denn deine... Obwohl, du hast noch nichts. Ja, du wirst der zweite Grabmensch. Das wird zwar noch etwas länger dauern, aber... Obwohl, nein. Du wirst Baumeister. Auch. Damit wir Bau und Transport bald eine Holzgiepe bauen können. Eine Farm. Brauchen wir jemanden, der Holz hackt und Nahrung macht. Gut, das ist einfach. Aber... Ja. Da. Feuerstelle 2. Hauklotz 1. Zelt 2. Und so weiter. Ja, das ist auch cool. Die haben zwar recht sinnlose, aber doch schöne Gespräche immer dabei. Na gut, schön auch nicht. Hat mich wieder verletzt. Hm. Wirklich interessant. Hä. Achso, ja klar. Die muss jetzt sammeln. Hä. Hier geht's auch runter. Das ist hervorstanden. In der nächsten Schicht wieder jemand. Obwohl, wenn du mit der Leiter fertig bist, kannst du die unten bauen und direkt hin. Ne? Ja, wunderbar. Gute Idee. So. Am Anfang ist es, wie gesagt, immer ein bisschen warten. Dementsprechend... Ich kenne mich hier schon gut aus. Naja, ich arbeite fast an nur einem Ort. So. Es wurde gar nicht die Nachricht geschickt, dass man... Oder wurde das geschickt, dass man den Hauklotz erfunden hat? Da gibt's immer so lustige Momente mal. Ähm... Produktionen... Stammbaumaufträge... Stammbaum. Nanu? Nichts zu sehen. Ähm... Ja, spiel speichern. Hier ist das alte, wo ich versehentlich, ähm... den Ton nicht aufgenommen hab. Spiel fortsetzen. Muss doch... unter Hilfe. Nein. Produktion. Stammbaum hat man nur, wenn Zwerge... Entwicklungen... Ah. Am Anfang des Spiels ist die Feuerstelle das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum ihres kleinen Volkes. Keine Frage, dass sie diesen erbärmlichen Zustand so schnell wie möglich ändern müssen. An der Feuerstelle können die Zwerge nicht nur an Nahrung produzieren, sondern auch die ersten fortschrittlichen Gebäude erfinden und bauen. Ja, dann haben wir... Zelt. Gehen wir in... mein Zelt oder in dein Zelt. Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Abendbegleitung unter einem Pilz schlafen muss. Das Zelt ist ein einfacher, aber trockener und gemütlicher Schlafplatz Ihrer Zwerge. Es ist schnell aufgebaut, sodass man auch dann nicht auf dem Boden schlafen muss, wenn man mal eine Nacht weit weg von zu Hause verbringen muss. Ja, was haben wir noch? Ähm... Grillpilz... Grillpilz... Was ist klein, schwarz und riecht verbrannt? Hä, richtig, ein Grillpilz! Natürlich hat der Koch es lieber, wenn wir ihn als goldbraun und knusprig durchgebraten bezeichnen. Aber der Koch ist ja gerade nicht da. Grillpilze sind... Oh, 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 stopp mal. Grillpilze sind... Feuer ist der Wichtige... Äh, wir machen gleich weiter. Wer bist du? Du bist zugewiesen zur Feuerstelle, du gehst hier nicht hoch. Kannst den Pilz hier ernten. Moment, was ist mit dir? Du kannst nicht den Grillpilz machen. Das macht die andere. So... Du wirst ganz geschwind hier... Zack, die Leiter aufbauen. Damit wir hier schneller runterkommen. Der Jäger lacht. Und dann kannst du hier ein bisschen erforschen gehen. Das nächste Gebäude müssen wir nämlich... Die Farm zum Beispiel, oder... Ja, den Steinmetz zum Beispiel. Müssen wir ja... Logischerweise irgendwo auch hinbauen. Und hier haben wir keinen Platz mehr. Deswegen muss die Höhle nächstes Mal fertig werden. So, und dafür ist am besten... Wenn wir mal hier eine Leiter runter machen... Dass man hier nicht die ganze Zeit kraxeln muss. Das ging jetzt schnell. So, dann einmal hier runter. Vielleicht darfst du gleich eine neue Leiter bauen. Wunderbar. So, ja, weiter, weiter, weiter. Mal schauen, was hier kommt. Vielleicht kriegen wir auch gleich unseren ersten Kampf zu sehen. Wenn die ersten... Wie hießen die? Keine Ahnung mehr. Wenn man irgendwelche Viecher... Oh, ne Schatztonne. Am Anfang echt praktisch. So... Ja, später auch. Aber am Anfang halt umso mehr. Vielleicht ist ja sogar ne Waffe oder so drin. Nein, aber ein Grillhamster. Perfekt, oder? Nur ein paar Tonnen Grillhamster. Nanu? Achso, jetzt geht die runter Pilze hacken. Naja, okay. Kann mir relativ sein. Komm, weiter runter. Nicht, dass wir hier direkt die Pisa finden. Das wäre natürlich... Das könnte sogar... der Fall sein. Ja. Die Musik gehört den Pisa. Die Pisa... Naja, man sieht's ja. Oh, hallo! Hallo! Hier! Nee, lass mal! Nicht, dass du denkst, wir konsumieren hier Drogen. Das geht gar nicht. Segen der Altersbeschränkung. Ja. Ein kleines Rauchopfer für den großen Odin. Ein Rauchopfer. So hab ich das auch noch nie gesehen. Also, ich bin dagegen, dass deine Zwerge sich selbst ausräuchern. Cool. Fliegen. Das ist nur so ne dumme Elfe. Cool. Psst. Trolle. Die haben unsere Torwächterinnen entführt. Wir würden sie ja befreien, aber wir sind... Ja? Indisponiert. Indisponiert. Wir haben einfach gar keinen Bock. Und was gebt ihr uns, wenn wir eure Torwächterin holen? Sie öffnet dir das Tor zur Unterwelt und du bringst Odin seinen Fenris wieder. Cool. Ja, klingt ganz cool. Ja, ne? Klingt wirklich ganz cool. Was uncool ist an denen, die können... Bei denen ist es legal zu klauen. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Fass zerstöre und die Sachen da draus nehme, ist es für die legal. Solange ich nicht die Gebäude von denen abbaue. Oh, ne Keule. Sehr gut. Wie gesagt, solange ich denen nicht irgendwie... Oh. Solange ich denen nicht irgendwie... Na komm schon. Äh, solange ich denen nicht irgendwie die Gebäude abbaue. Wobei die hier, glaube ich, ja ein Zelt haben die. Wow. Ähm. Kann ich denen alles nehmen. So, nehm mit. Den Rest könnt ihr hier behalten. Mal schauen, was es hier hinten so gibt. Da ist noch Grillhamster. Ja, also wie gesagt. Das Dumme ist, bei denen ist es legal zu klauen. Du gehst jetzt aber erstmal hoch. Du wirst der erste Kämpfer werden. Also, wo ist... Du sollst doch nicht graben. Mann. Ansgar. Ansgar, du wirst graben gleich. Und zwar jetzt. Aber doch. Unendlich eingestellt, ja. Grillhamster erforschen. Das kannst du auch noch schnell machen. Na, jetzt kocht die erst mal. Naja, ist okay. Befreie die Torwächterin. Ist eine neue Aufgabe. Die Elfe sagt uns, dass Fendris heißt... Achso, das ist denn die sechs Ringe. Äh, dem Ring der Erde, dem Ring des Wassers, dem Ring der Luft, des Feuers, des Lebens und dem Ring der Magie. Wir müssen die sechs Ringe finden und das Gleifnir neue Schmieden. Oder Gleifnir. Anders kann der Höllenhund nicht bezwungen werden. Die fehlenden Ringe müssen irgendwo unter der Unterwelt sein. Als Fendris ausbrach, wurde das große Tor zur Unterwelt verschlossen. Leider müssen wir aber genau da durch. Nur die Torwächterin kann das Tor für uns öffnen. Aber wie der Clan, der Pisa uns berichtet hat, ist sie von den Trollen entführt worden und wird nun in ihrem eigenen großen Trollbock tief unter der Erde. Hä? Nein. In einer großen Trollbock gefangen gehalten. Wir müssen sie unbedingt finden und befreien. Wahrscheinlich liegt die Trollbock tief unter der Erde. So, was machst du hier? Bau und Transport. Wie wär's, wenn du... Wie wär's, wenn Evan hierhin geht? Und da wir den Steinmetz erfinden können, wirst du ja auch gleich... Ja, wunderbar. So, ein bisschen wegzoomen. Das hatten wir ja gerade, das Menü. Ja, Nina, was hast du denn? Holz. Du gehst jetzt erst mal hier... Ne, hierhin. Kannst du dein Holzwert noch mehr aufwerten? Zack, die Feuerstelle. Jawohl, gleich ist der Steinmetz fertig. So, zack, zack. So, genau. Und den nächsten Baum. Scheierstelle. Ja, die Feuerstelle. Vielen Dank.